Herzlich willkommen beim Teil zwei unserer Bootsaufbaureihe. Ihr seht, wir sind auf dem Wasser und wie das ganze Lackieren abging, das seht ihr jetzt. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Natürlich wollt ihr jetzt auch wissen, wie das Boot fertig aussieht. Und hier mal ein paar kleine Eindrücke. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Letztens waren wir mit unseren UL Routen auf Forelle unterwegs, leider ist kein ganzes Video geworden, wir haben aber eine Instagram Story gemacht und wer das verpasst hat, hier nochmal ein kurzer Einblick. Herzlich Willkommen, wir melden uns mal über Instagram, weil wir nicht wissen, ob wir ein ganzes Video vollkriegen mit UL Angeln, aber Thomas wagt sich schon ins Wasser und ich habe hier meinen Mini Spoon dabei, viel Spaß. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020